Jo Freunde, herzlich willkommen, Senseless Survivor hier und ja, ich habe zwei Dinge, die ich zu dem letzten Video erzählen muss und zu dem aktuellen Video. Und zwar im letzten Video hatte ich ja fälschlicherweise einen Cheater vermutet. Dank eurer Hilfe konnte das Rätsels Lösung gefunden werden. Es war kein Cheater, es war halt einfach nur ein Raider, der unglücklicherweise direkt hinter mir im gleichen Raum gespawnt ist. Wer hätte es ahnen können, also ich war völlig überrascht von der Situation und ja, dachte sofort, ja hier kann irgendwas nicht stimmen. Hab mich geirrt, danke euch, hab mich da eigentlich völlig zum Ei gemacht. Der Herr Meier hätte seine wahre Freude an mir, ein echtes Ei, aber man lernt nie aus. Und ja, ich habe dann nochmal gegoogelt, bin auf die Idee gekommen, vielleicht gibt es ja eine Liste mit Namen zu den Raiders. Und ja, in der Tat gibt es auch eine Liste und zwar im Darker Figgy, den Link packe ich euch mal unter das Video, falls es euch interessieren sollte. Und ja, danke euch nochmal für eure tatkräftige Unterstützung, hat mich sehr gefreut. So, nun zu dem Video, das ist noch ein Rund vom, ein paar Tage vorm Vibe sozusagen im letzten Jahr. Und ja, da ist mir auch wieder ein Fehler passiert und zwar hatte ich den falschen Greenscreen-Setting benutzt. Eigentlich habe ich ja immer so nur mich so drauf, so die Silhouette und so und also nicht nur die Silhouette, sondern meine Larve alles so mit dabei. Aber da hatte ich halt noch das Setting, wo ein Hintergrundbild noch dabei ist und zwar war das dann auch nicht mal das von Tarkov, sondern von Call of Duty Cold War. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ich sollte dem Video nicht schaden sozusagen, aber es passiert. Ja, das ist mir halt zu spät aufgefallen, beim Schneiden ist es mir erst aufgefallen, dann war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. So, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video und ja, kommentiert fleißig, liked und vielleicht lässt der ein oder andere ja ein Abo da. Bis dahin, würde mich freuen. Tschüssi. Häng geblieben. Da schreit sich schon leider die Seele aus im Leib. Was meckert er denn nur? Ist nicht sein Tag heute. Wirklich nicht sein Tag. Hätte er mal besser die Klappe gehalten. Wie heißt das so schön? Treten ist Silber. Schweigen ist Gold. Drogenbude, ich komme. Letztens saß da hinten einer und hat mich abgekämmt, als ich in die Drogenbude wollte. Da war es nichts mit meinem Koks. Das hatte sich erledigt. Äh, Mann, hier ist schon wieder alles leer. Hier wurde schon wieder abgegrast. Daffel, Daffel, Daffel. Noch ein Daffel weg. Vergiss es, Alter, vergiss es. Alles mitgenommen. Die haben ja ordentlich durchgewischt. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss. Aber die Tür ist auch offen. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Und ich gucke rein. Vielleicht haben sie ja was vergessen. Vielleicht hier irgendwas vergessen. Aber so gründlich, wie die durchgewischt haben, wird hier nichts. Da war auch schon jemand drin. Wird es hier nichts mehr geben, außer alte Herdplatten. Gampingkocher. Ja, auch Schicht und Schacht. Oh. Habe ich doch richtig gehört. Zwei Mann. So, Geschwindigkeit. Yep, Nummer 1. Komm. Au. Idiot. Mir hat das Bein abgeschossen. Also, der hat es hinter sich. Aber hat mir auch nicht das Bein weggeschossen. Hui. Da liegen sie, die Armsälen. Erstmal zusammenflicken. Das ist wieder zwei. Okay. Einer kommt die Stahltrape hinten drauf. Scheff-Spieler. Das ist ein Kumpel. Mann. Upsa. Undauernd. Komm ich auf die falschen Tasten. Oh. Ey, was war das? Alter, willst du mich verarschen? Ich habe gar keinen Schuss gehört. Was war denn das? Geht doch nicht Gas. Ist der etwa zurückgerannt ans MG? Um seinen Kumpel zu rächen. Ich renne mal schnell zurück und dann schieße ich ja die Hütte zu Klump. Ja, Idiot. Oh, er ist noch nicht fertig. Warte, ich komme mal. Leck mich doch. Sind das drei oder was? Ey, da hat uns einer zusammengeschossen. Halt mal rein. Mit einem riesen Ding. Mein Arm ist kaputt. Wir müssen uns mal ein bisschen mehr so Neid retten. Bevor der Typ ja ankommt. Und mir den Rest geben will. Ne, ich höre nichts. Naja, vielleicht hat er ja doch nicht zu denen gehört. Sondern einfach bloß die Schüsse. Und dachte, dass ich dann ballere ich mal hier die Hütte zu Klump. Vielleicht treffe ich ja zufällig 20 Mann. Ich hoffe, der hockt nicht jetzt auch irgendwo. Und will nicht abcampen. Oh, da habe ich doch was gehört. Da ist er doch. Hättest du dich mal lieber verpisst. Du Arschloch. Deine Knarre nehme ich dir ab. Der Ausgang lacht mich an. Gleich bin ich draußen mit fetten Loot. Und ein paar schönen Kills. Und ein paar schönen Kills. Jep. Freiheit. Oh, die Lampe noch angelassen. Junge. Er war hochmotiviert. Kam mir direkt entgegen. So, lass mal nachladen, das Ding. Er war ja komplett motiviert, Alter. Und seine Scheiß-Star-Bank-Potty-Armor. Und seine Gummi-Waffe. Kann man ja mal versuchen. Armorklasse-5-Typen niederzumachen. Er hat sich einfach hingelegt. Krasser Typ. Dropshots. Geht's schon wieder ab. Da liegt so eine arme Seele. Zu Klump geschossen. Was? Tja. Alter. Da wollte mich abziehen, der Hund. Die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Danke. Sehr schön. Da danke ich mich recht herzlich. Herzlichst. Von ganzem Herzen, sozusagen. Da haben wir schon wieder eine gekrunzt. Aber wo, aber wo? Oh, da. Linker Hand. Linker Hand. Komm da an, spaziert. Mann. Oh, aller. Endlich. Mann. Manchmal schießt man auch wie so ein Amateur. Vielleicht ist mir das Glück ja heute halt in der Drogenbude. Aber ich seh schon, die Tür ist off. Wir waren schon wieder... Daffelbeck. Man kann das Wort gar nicht oft genug sagen. Grafiker da, Alter. Willst du mich verarschen? Scheiß, die Wand an. Komplett. Komplett reichneinander. Erstmal das Ding rein hier. Die Hundemarke oder die Munition? Ich glaube, die Munition ist mir ein bisschen mehr wert. Kein Space, Junge. Mr. Spaceman. Da fresse ich erstmal das Teil. Da weckt ja noch einer. Mr. Spaceman. Hat Platz für dich. So, work maar. Neun. Neun. Die Grafikkarte, das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich nicht kapiert, Alter. Warum? Warum hat die keiner mitgenommen? Und da steht ein Skeff da hinten. Dann knall ich ab. Ganz dezent. Und da kommt... Oh nein. Oh man. Ganz doll. Ganz doll gemacht, Alter. Na ja, dann stürmen wir mal kurz vor. Ah, nein. Da sitzt man am MG, Alter. Scheiß. Ich hätte abhauen sollen. Scheiße. Ich hätte abhauen sollen. Fuck. Ja, ist gut. Ja. Scheiße. Das ist gut.